Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Spaß ins Wochenende So Als erstes geht's hier runter Ich hol mir glaube ich mal das Ich glaube ich bin ein bisschen nahe zum Mikro Jetzt habe ich zwei Sachen markiert Okay Eigentlich wollte ich ja nur eine Runter hier Das ist ja auch ein beliebter Absprungort Ich höre auf jeden Fall schon welche die hinter mir sind Angriffsfreigabe für alle Ziele Die Uhr tickt Begegnet zum Ziel Ja ich muss mich beeilen um das zu holen Achtung Feindliches Team verfolgt deine Position Oh ja Jetzt wird die Autos schon verfolgt Munition Semtex Wieder Munition Die erste Kiste Oh schweres Stromgewehr Das ist okay Geld und Muni Diese Munition hole ich mir erstmal Okay Kopfgeld vereitelt Weiß ich ob hier noch welche sind Aber ich werde mir erstmal Hier alles holen Ja Vorräte Oh rote Zugangskarte Die Frage ist wo ist denn der dazugehörige Bunker Noch mehr Geld Die Zeit ist um Okay haben sie dann abgelaufen Darauf habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet gehabt Feindliche Drohne über uns Wo ist er hin Ist er abgehauen Ich habe nicht genug Platten um Mich um den zu kümmern Das Gas kommt Das Gas kommt Hm Verdammt Ich habe jetzt nicht gemerkt Dass da einer oben war Der hat mich auch ein bisschen überrascht Und ich bin am übersteuern Ich glaube nächstes Mal muss ich ein bisschen Noch auf das Mikro ein bisschen Ändern Weil so übersteuere ich Oder auch nicht Nicht immer Je lauter ich bin Desto mehr übersteuere ich Und ich bin meistens laut Das bin ich meistens Ich komme meistens Zu einer Art Mikro Das ist auch eines meiner Probleme Sturmgewehr Du bist dran Soldat Zeig diesem Mistkerl wo der Hammer hängt Du wurdest übel zugerichtet Für dich geht es zurück zur Basis Hat sein Team genug Okay Das hat Da hat der Kampf so lange gedauert Aber beim nächsten Mal Kehrt wir stärker zurück Aber dann würde ich mal sagen Ab ins nächste Match So Nächstes Match Und ich hoffe Das wird jetzt nicht so laggy Wie eben gerade In diesem Vorgeplänkel Da war richtig laggy Das war richtig am laggen Holy moly Das war ja natürlich noch nicht mehr feierlich Was war denn da los Achtung Das Gas breitet sich aus Zur Sicherheitszone gehen Und runter Ich will Dahinten Oh wie das Teil da heißt Bis er wieder Ort da heißt Da wo ich jetzt gerade Zu diesem Haus dahin fliege Ich habe immer noch das Gefühl Dass es so am rum laggen ist Was Wo kam der denn gerade her Den habe ich gar nicht mal gesehen Schlafschützengewehr Das ist auf jeden Fall besser Als nichts zu haben Ne im P Ist sogar noch besser Ich bin nicht so Der Schrotflintenfreund Schon wieder eine rote Zugangskarte So und jetzt volle Munition Ich höre da noch immer noch ein Oh Eine legendäre MP Auf jeden Fall sehr nett Das mit dieser legendären MP Jetzt erst mal dieses Haus hier gelootet Oh Spezialgeschosse Und eine Platte Hm Die Scharfschützengewehr ist nett Ich sollte aber eher in Richtung Andere Gebäude laufen Und bisher Richtung Zone Ich finde kein Geld Was doof ist Denn ich will mir selbst Wiederbelebung holen Ich glaube das war ja noch Gerade so genug Hallo Platten Wie achte das kannst du nur noch Viertausend Okay Wusste ich gar nicht Hab ich es ja eigentlich nie gemerkt Sehe ich hier jemanden Glauben nicht Nee Beim Laufen niemals Das Scharfschützgewehr anhaben Weil dann trifft man nicht richtig Okay Häuser looten Und besser Häuser looten Hm Gasgranate Geld Sonst ist hier nichts Oh Schalldämpfer Ja Geil Schalldämpfer MP ist Die beste MP Weil sie Schalldämpft Da hinten Kommt die Zone Okay Ich hab jetzt 9700 Dollar Dollar Salvenpistole Ausrüstungslieferung ist unterwegs No No Und jetzt schnell Mann, war es ein Krampf Das war so ein richtiger Krampf Die richtige Waffe zu holen Du behältst eine Ausrüstungslieferung Ja, jetzt habe ich sie auch Aber ich habe ja schon meine Okay, das Haus war gar nicht mehr in der Zone drin gewesen Was ich nicht bemerkt habe Da oben ist jemand Und Das war's für heute. Und weg. Danke für dein Zeug. Ist das weit weg. Und warum kann ich mich jetzt nicht kümmern um meine Sachen da? Ich muss laufen. Ich will nicht in der Zone bleiben. Aber ich will auch in der Zone bleiben. Die Frage ist, sehe ich hier irgendwo einen? Ich will nicht in der Zone bleiben. War der oben gewesen? Okay. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Verdammt, das war er doch. Für dich geht's zurück zur Basis. Wir haben verloren, aber bei diesem Fall kehren wir stärker zurück. Und das, würde ich sagen, war eine weitere Folge von mit Spaß ins Wochenende.